ja mahlzeit freunde alles tut die bei euch so geht mal müssen wir landwisch ab content vorweg ihr seht es an der mütze der herbst ist da er hat uns erreicht ja was steht an weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht alles so genau aber doch grob schon und zwar morgen werden die rinder eingestellt deswegen hat man da hinten schon frisches stroh drin vorne müssen wir morgen auf jeden fall noch mal im freuen und abschieben es wird morgen mittag alles eben flott gemacht bevor sie reinkommen gleich mal ein bisschen für dann noch ja wir haben heute klein gehen wir mal eben rüber auf die wiese gucken dann kann ich auch eben sagen warum sie jetzt reinholen oder heute haben wir es richtig warm wie am 80 grad müssen wir gleich auch noch mal eben hin dürfen wir noch bis zum ersten fahren dann geht die sperre frist wieder los da habe ich aber zeigt euch gleich die öl schraube wie die hydraulik pumpe die ist irgendwie abgebrochen dann zeige ich gleich aber mehr zu so gehen wir mal eben auf die wiese hier sieht man schon die matsche foto ist jetzt auch nicht mehr so pralle drauf man sieht zwischendurch immer so einzeln wieder ein bisschen was höher stehen das fressen sie aber irgendwie nicht ansonsten hast du halt fast nur unter gras ne ist halt ja jetzt nicht mehr so der nährreiche das nährreiche zeug drauf und da unten sieht man auch an der raufe was sie sich da schon für eine matsche gemacht haben deswegen kommen die morgen mal wieder rein bis zum frühling sind jetzt auch gar nicht mehr so viele draußen das haben wir wir haben schon zwei jahre eingetan wegen schlachten haben wir jetzt noch draußen stehen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 17 stück stehen noch draußen in den stahl stehen wahrscheinlich im stahl 20 wenn überhaupt weiß ich gerade nicht aus dem kopf morgen aber auch sortieren also dass die gruppen wieder passen weil da sind auch noch ein paar kleinere bei ja gucken wir uns mal in den gülle container an ja gut halb voll über dem propeller das heißt können wir auf jeden fall aufrühren vielleicht morgen dann auch dabei aufrühren dass ich an die gülle komme dass wir das auch noch raus bekommen vom ersten wie gesagt erste november sperrfrist ja so ihr seht das ja das habe ich letztens nur provisorisch hier unten drin so eine plastik schraube sagen wir warum das aus plastik ist da ist halt ja der öl behälter für die vakuumpumpe da muss ich unbedingt dran dass ich da was drauf bekomme dass das wieder alles super läuft da muss ich auch hier noch eine auslaufbremse die ist nämlich auch irgendwie ein bisschen bisschen komisch momentan die knallt so rein da gehe ich immer im winter mal dran keine ahnung woanders liegt ehrlich gesagt hat ganz genau wie die gesteuert wird aber normalerweise wenn der dreck wenn das auf den trecker läuft auch der rein und dann schlägt hier unten wie so ein karl vor der das über der dann die bremse betätigt so ja ich würde mal eben flott und dann sehen uns gleich wieder so gefüttert hier wieder sehr gutes zeug riecht auch gut war nicht ganz so trocken wie den einwand dem letztens hatten aber für die lage optimal kein schimmel dran schmeckt ja kein schimmel alles gott übermorgen ist auch noch treib hier im revier müssen wir auch noch ein bisschen was vorbereiten für mal gucken wo ich da mitnehme ich gehe als treiber wo ich da mitnehme das ganze mal ein bisschen mit zu filmen ja jetzt mal zu der esel dass ihr die auch mal wieder seht ja gehen wir mal im ohne sehen wir uns oben ist doch gut ihr beiden hier drei naja ja wurde letztens gesagt zu wenig esel hier haben wir sie mal wieder naja also gut bei euch ach schoki die mädels ne engine auto ziegen ja ist eine kamera kennt er doch ja die schöne hause rum machen halt ihr esel ding da hinten haben wir den unterstand gebaut jetzt wo es kälter wird ja so in der kamera ne schoki er da der männliche der ist schon ein bisschen kleiner naja sie schüttelt den kopf also schoki nennen die ziegen ja die gucken wir mal ganz einversichtig wenn man bei der esel ist sich mit den eseln beschäftigt statt mit denen sagt meine kommentare was ist cooler ziegen oder esel ich muss ja wirklich sagen ich bin da team esel müsste man eigentlich mal so eine webcam bauen dass man immer esel live sieht ja auch mal eine coole sache ne esel 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 so noch mal ganz kurz was jetzt neu im hofladen haben wir chips landkartoffel chips in salz pfeffer scheinsalz was ist das gemüse paprika sauerrahm lauch salz pfeffer und normales pfeffer kommen wir reden wirtschaft ausreden kommen soll dass wir gerade ein bisschen schwäge gut fokussiert er jetzt nicht richtig die gopro und was wir haben ist jetzt von kogo protein bar aktuell junghaen eier hier in so stylischen kartons junghaen eier ihr habt es glaube ich gerade eben gesehen wo wir bei der esel waren die hühner sind ja noch nicht draußen die sind nämlich jetzt in der 22 woche glaube ich und wir tun die erst bei voller legeleistung raus und die erreichen die so in der 23 24 25 woche also gut zwei wochen dann kommen sie auch raus leute mein auto sieht aus warum weil ich das ja nicht lassen konnte und bei den heimischen anderen landwirten mal gucken musste wie es mit der maisente läuft so denkt dran gleich geht's los mit der rinder morgen für euch gleich so leute ich wollte mir die rinder rein holen aber dass der torpfosten abgebrochen ist das heißt wir müssen jetzt erstmal wenn wir jetzt soweit hier los geschraubt dann haben wir gesehen dass der doch noch mehr kaputt ist wie wir dachten ja alles abgeschraubt jetzt hier eben das abflexen weil das ist schon ziemlich hoch wenn wir sein fuß daneben halten damit da halt auch nichts passiert ja mal gucken ob wir es dann heute noch schaffen hier rein zu holen auf jeden fall muss ich gleich die hühnerer misten äh vielleicht wird das dann ja jetzt werden sie natürlich weil sie nicht ans fressen kommen also hier oben aber ich muss mit hubi also jetzt hier das ähm tor halten ja anders geplant gewesen auch schon viel zu spät hier hochgekommen weil ein kleines mal mit dem auto hatte mein deckel von ausgleichsbehälter ist kaputt so ähm nichts umso trotz wir zündeln das mal im fährteisch und dann nehme ich euch gleich wieder mit wenn es was neues gibt bis gleich und so da wir gerade genug Leute sind habe ich mir schon mal den Hühnern gewidmet wir müssen ja jetzt auch nicht mit ähm fünf Leuten gucken damit dass wir die dinger fertig bekommen im Pfosten deswegen bisschener müssten wir eben wieder angesagt habe ich euch auch schon mal gezeugt aber nehmen wir einfach mal wieder mit rein da sind sie die neun stehen sie schon gesagt ich denke mal in den nächsten zwei wochen oder was kommen sie aber auf die Wiese dafür müssen wir auch noch den Zaun fertig machen ich habe auch schnell gemacht das ist ja nur so ein Schäfer Sound Stecksound glaube ich heißen die ja ähm äh äh ist halt schnell gemacht ne so ist ja halt hier wie ein LKW hinten ein Haken fertig ja jetzt mit der Schippe hier drunter fahren die beiden Tücher und dann die Förderbänder zeige ich euch gleich ich fahre mal mit der Schippe drunter kann ich eigentlich mal eben hier festmachen ja Hühner sind gemistet jetzt eben hier wieder die Klappen rein zu ab in der Gülle mit der Hühnermiste da bin ich da super Nährstoff auf jeden Fall ähm ja dann gehts wieder zum Stahl da gucken wir mal wie weit die Jungs sind und ob wir vielleicht die Tiere noch rein holen ich wage es eigentlich erst zu bezweifeln aber mal schauen schade der Sonntag kommt jetzt nicht so gut rüber aber da hinten ist halt mega orange so wie gesagt ich mach jetzt eben hier wieder schotten dicht und dann gehts ab so die Jungs am Stall dann gucken wir mal wie weit die sind bis gleich so die Jungs sind fertig mit dem Stall da muss ich mir meine Kamera aufdrehen dann hole ich nämlich jetzt schon mal ein Stroh dass wir den auch eben von neuem rein machen schup 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 guck mal eben dass ich euch hier irgendwie fest bekomme war auf jeden Fall kurzweilig lange hält das hier leider nicht aber muss ich mir halt echt noch was überlegen hier mal irgendwie eine Stange Bastel die man so dazwischen klemmen kann mit diesem Joystick ne der Joystick ist irgendwie großy ist das halt auch extrem scheiße gerade ich muss hier aufpassen mit Chesa G guck mal ich tanz immer in den guttesten Band rein oh meine Fresse schon wieder hier sogar noch so jetzt noch ein bisschen länger gedauert wie gedacht aber so ist das manchmal wir fahren jetzt eben flottige Auti zum Stall damit eingestreuut ja Leute so eingestreute ist drin da haben wir jetzt noch nicht reingeholt weil äh wir waren jetzt zu lange noch mit dem Pfosten beschäftigt und ähm wegen dunkel und so ne haben wir noch eingestreuert abgeschoben das übliche Stallbild halt jetzt warten wir auf Pizza ähm ach hier sind sie hier die hier vorne muss man jetzt auch mal klipp und klar sagen sie ähm ist hier allein in der Box sie ist halt die nächste die geschlachtet wird ähm ähm muss man auch klipp und klar sagen wir sind halt ein Fleischbetrieb und ja da ist das halt so guck mal hier den Ballen auch wieder ich hab's neuer wieder aufgemacht fast gar nicht hatte jetzt Folien oder in der Zwittlung weiß ich grad nicht aber auch vom Futter wieder super sieht man verschiedene Gräser mit drin erster Schnitt riecht auch sehr gut so wieder super Futter da hinten liegen sie halt sieht man so schön auch da hinten die schwarze sieht man grad gut sie ist am wiederkauen also alles alles gut ne willst du auch was sagen in die Kamera ja nee nicht ablecken nicht ablecken ja so morgen geht's dann auch zu äh Treibjagd oder Drückjagd oder wird ja in vielen Kreisen unterschiedlich genannt äh wie gesagt da weiß ich noch nicht vielleicht gibt hm vielleicht gibt's auch ein paar Impressionen aber ähm ähm da filme ich glaube der mit dem Handy da nehme ich keine GoPro mit äh ja was steht sonst noch so an ja Gülle muss nochmal raus ja dann war's das eigentlich auch großartig schon dann ist maschinentechnisch eigentlich erstmal Ruhe ne ja ja das hat sich ja komplett ausgemacht ja ne das war's erstmal äh wir sehen uns dann morgen und wenn nicht gibt's auf jeden Fall noch ein Auto und ja haut rein bis später ja ja Leute so es gibt äh den Abschluss heute mal aus dem Auto und zwar aber schon von der Arbeit äh ja so sieht man mich glaube ich nicht oder? ja gut muss man jetzt mit auch ein bisschen sieht man mich ja ähm ähm Treibjagd ist vorbei also ich bin jetzt eh schon Tag später bin jetzt auf dem Weg nach Hause von der Spätschicht die Woche Spätschicht deswegen dachte mir nehme ich jetzt mal eben wie am Montag mal eben flott noch das Auto auf kann ich das Video nämlich holladen wird auch nicht so lang glaube ich auf jeden Fall ähm ja Rinder rein tun hat ja jetzt doch noch nicht geklappt was heißt nicht geklappt Wetter ist halt noch okay klar es wächst jetzt nicht mehr aber äh Ballen fahren wir doch wieder an Ballen auf die Raufe Ballen in die Raufe fahren dann haben wir haben wir eigentlich äh ein bisschen was was war zu füttern haben wir haben ja genug Zeugs also Silo dieses Jahr genug vor der dann ist das okay natürlich ist es da ein bisschen dumm weil sie weil sie viel halt kaputt trampeln um der Raufe drumherum aber auch das ja sie bleiben ja jetzt nicht mehr ewig draus nicht tippe auch dass sie Ende der Woche jetzt reinholen eventuell Samstag äh wetterbedingt mal gucken was so geht beziehungsweise wie wir es machen aber kurzum werden sie jetzt auf jeden Fall reinkommen ja das soll es jetzt auch gewesen sein von mir ne Freunde denkt dran liken abonnieren glocke aktivieren dann verpasst ihr auch nichts ne von daher haut rein bis zum nächsten mal ciao ein ein und ein so ein 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 und ein